hallo mein lieben und herzlich willkommen hier ist wieder euer heins mit einer runde bussimulator auf der playstation 4 genau ins strudeln wenig ja wir brauchen ja noch fahrer und busse und service damit wir 85 prozent der haltestellen hier bedienen können das haben wir ja noch nicht das haben wir ja noch nicht tja das würde ich sagen holen heute noch ein bus dann immer aber ein preis günstigen das macht der hier so eine neue strecke da war mir erst mal busse zurück so bussebau machen erst mal noch einen neuen bus dann hilft ja alles nichts wir nehmen würde ich sagen wieder wenn wir uns wieder den unkosten stürzen noch ein kleines diesmal so kaufen bearbeiten übliche lackierung zack zack so stay call du stay call zack und zack das geht langsam dann schon position also nehmen wir nochmal nehmen können ach ne noch können wir das so machen und wir müssen ein stück oder mal anpassungsmodus so und so und anwenden so nummernschild das wäre jetzt bus nummer fünf ne sechs es ist nummer sechs schon ein glück dass das da oben steht du zack 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 äh nee ach nix brauchen wir jetzt hinz noch hinz fertig und die nummer so bitte warten so jetzt wollen wir das alles anwenden so neuer bus zurück angestellte ach so ne warte mal ach ja wir brauchen einen fahrer jetzt zu dem bus wir nehmen gleich hier oben wir machen jetzt drei runter das ist noch am günstigsten am anfang müssen wir noch ein paar billige leute einstellen so so jetzt haben wir gesagt machen wir hier so nehmen wir jetzt wo haben wir noch eine ostspeiche bums was formieren denn eigentlich westspeiche arbeitergasse und was ist ostspeiche formieren denn ostspeiche und das heute mal was kurzes im rundflug im rundflug oder müssen wir jetzt noch eine neue linie machen das sehe ich noch nicht ganz durch jetzt kaufen wir hier busse weil hier blinken ja noch haltestellen die wir ja noch gar nicht angebunden haben 85 prozent der freiheit jetzt haben wir ja soweit alle angebunden haben wir ja was blinkt hier oder nehmen wir die hier aggroer zentrum ne wir machen wir vorher zuweisen so strecke drei strecke bumm ne die kriegst du den hier man nimmt dann den bus zuhör bus und zack so riesen zugewiesen was von mir machen jetzt west speiche ost speiche und diesen dings bumm oder so vielleicht verlängern wir die haltestellen zur rundfahrt ich weiß es doch auch nicht kann man das bearbeiten strecke gelöschstrecke bearbeiten die tatsache so man könnte ja jetzt hier noch die noch dazu nehmen vielleicht die schienen lego bergstraße oder so und da haben wir jetzt die mit eingebunden vielleicht ok speichern bumm und da fahren wir das gleich west speiche schienen bim 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 machen wir gleich mal weil wir brauchen ein bisschen geld fort beginnen so zufällig machen wir wieder dann haben wir gesagt rundfahrt wollen wir machen und wir machen aber heute mal vorscheinverkauf aus der nervt aus wir machen nur vorkartenkontrolle so welchen hat man jetzt war das der neue oder war das nicht der neue weiß aber jetzt neu weiß ich gar nicht mehr du wird der jetzt neu bestimmt kann man hier hinten noch ach ne der hier hinten hier der war neu wir nehmen jetzt den ganz neuen bus nehmen wir jetzt den ganz neuen bus und fahrt beginnen so los geht's meine lieben noch einen Schluck nehmen was ist der Kaffee das auch ist aber nur ein Täuschen tun nur ein Täuschen so ich weiß jetzt auch wie man einen Geschwindigkeitsbegrenzer an und aus kriegt mit der Kreistaste so schönen guten Tag bitte alle einsteigen bitte alle einsteigen heute mal ohne Vorscheinverkauf heute mal ohne Vorscheine oh die bremsen bremsen die bremsen mit der südlichen Speichedü oh die müssen wir fahren hier noch was denn nun kommt gar nichts na also wird ja auch Zeit das wird ja auch Zeit so biegt der ab hält der der hält kommen die Fußgänger ne generiert es jetzt eben bei unserem Glück so machen wir süd Speichentum bitte schön bitte gerne bitte einsteigen bitte alle einsteigen schönen guten Tag freut mich dass sie mit uns fahren hier so tschüss was denn will keiner mitfahren doch eine Leute haben wir das nicht ausgeschalten hä was hab ich da ausgemacht was will die jetzt mit dem Vorgast hä ich hab doch Vorscheine ausgemacht Mensch oh da hab ich wieder zurückgestellt versämtlich ich dachte schon das ausgemacht das haben wir da eigentlich ausgeschalten und da hab ich wieder zur Zeit auf das Knäppchen gekriegt oh der hält noch du der hat Vollbremsung gemacht extra wegen uns wir sind auf der Hauptstrasse du wir haben mal eine Hauptstrasse du oh dort der Kollege vorne der Kollege du Mensch und ich weiss immer noch nicht wie wir Lichthuben haben du hast immer noch keine Ahnung so fährt er oder ah fährt da können wir voll rücken wo du siehst ich weiss auch nicht wer nicht drinsitzt so jetzt haben wir ja doch mit Vorschein verkauft wie das auch immer geht aber nur schön nur klar nur Tag Student man weiss was ich da wieder für Saubergen hab ist auch egal jetzt nur klar hey hier musst du viel trinken bitte sehr noch eine Frage wochenhorte stand dort und 2 Euro zurück bitte sehr bitte gern aha aha Ja sowas du Ist bald Sonntag? Ja Gibt's nie wieder Winter der Leidenschaft Habt ihr nie die neue Folge Winter der Leidenschaft gesehen Das scheint noch keiner gesehen zu haben Und ich hab sie wieder verpasst Die Folge du Kannst wieder nie mitreden Das gibt's ja gar nicht Oh da immer noch Wir fahren unsere Kollegen, Kollegen Je nachdem Ist es Kolleginnen oder so Keine Ahnung, ist mir egal Diese politische Korrektheit So wenn sie bitte noch Oh schade Den Bus haben sie leider verpasst Jetzt das war zu spät Die Tür zu spät geöffnet So wir müssen noch mal Vorgaben in der Rolle machen Wir machen gleich noch mal Vorgaben in der Rolle Dann machen wir auch die Tür zu Die ist eben ab Hier sind noch Flüchten Wenn sie das eingebaut haben Vielleicht diese Modifikation So Zeichen gleich Und die Katze Kleine Katze heute Hier bitte Hier bitte Wo hab ich denn Aha, gut Hier, bitte Na klar Hier Oh nein Ich hab sie verloren Erwischt Ja Er mit der Köhle Er mit dem Fett her Augenblick da Hier bitte Sehr schön So, dann gehen wir mal gucken Wer hat denn hier hinten noch Ohne Vorschein jemand Da Hier Bitte Hier Bitte sehr Bitte gern Junge Mann Und hier auf dem letzten Platz Wie sieht das mit Ihnen aus Sehr schön Gibt's irgendwo Müllluftzusammeln Wenn wir schon irgendwann im Bus rumlaufen Gut Dann eilen wir wieder nach vorn Dann eilen wir wieder nach vorn Ich hab an den neuen Superheldenfilm gedacht Der gerade angelaufen ist Ja klar Superheldenfilm Okay, Winter der Leidenschaft Mensch Ihr müsst bitte Winter der Leidenschaft gucken Das wird sonst nix Ja, sonst kann man ja nicht mitreden Mensch Wenn ich nicht ständig Info kriege dazu Ne Nicht ständige Info zum Winter der Leidenschaft Ja Ah, wär das nix Oh, jetzt sind wir wieder im Kreisel Ja, im Kreisel Ach du ne, meine Haben wir uns wieder ein Kreisel ausgesucht Hier muss ich schon gleich Ein bisschen Blick Mal ein bisschen zurück Ohne, dass wir hier vorne anfahren Natürlich Möglichst Keinen Unfall bauen Mensch du Das ist ein Verkehr heute Der biegt ab Da biegen wir jetzt immer ab hier Oh, nicht in die Mitte kommen Nicht in die Mitte kommen Du Ich muss mal ein bisschen mein Fenster wieder Sonst kann ich nicht so richtig fahren Muss alles ein bisschen seine Ordnung haben Nicht Muss das alles ein bisschen sein Blinker korrekt eingesetzt Da freuen wir uns immer Wenn wir was outs haben Wir haben hier schon wieder Die Geschwindigkeitsbegrenzer Aus Das hat er gemeint Aha Du, was du meinst Du flog da wieder ein Gespenst Über die Straße Oder ein Huhn Oder wie war das Weißt du nicht Was alles hier so rumschwirrt So Oh Gott Oh, ein Zabspittel zu spät Du Mensch Oh, warte, warte Gute Heileposition Ja, wenn das so ist Du Dann nehmen wir ja ganz zufrieden So, noch jemand ohne Vorausweise Vorausweise Oh, jetzt stören wir ja die Massen Du Na klar Machen wir hier Einzel Stand dort Ein Stück Ne Da hin So Nein, nicht spoilern Nicht spoilern Du Jetzt wollen ich wieder spoilern Hier mit der Leidenschaft Du Danke Eine Fahrkarte bitte Einzelstudent Ihr könnt doch nicht spoilern Ich hab's ja auch noch nicht Sag mal Lasse Danke Und nun bitte sehr Einzel Senior Einstieg Bitte sehr, bitte gern Bitte gern, bitte gern Türen schließen Festhalten Heinz am Steuer wieder Oh, sehr schön Und hier so ein Fußgänger Oh, da müssen wir aufpassen Du Müssen wir aufpassen Ich weiß nicht Aber warten Müssen wir so rüber sind Ja Nicht, dass wir wieder hier Deut, Deut 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 Bezorgen müssen Du Da kommst Gleich ins Strudeln Da kommst wir gleich ins Strudeln So, da müssen wir jetzt vor Gleich nach der Brücke abbiegen Oder wieder Das wurde hier wieder Hier noch nie Oh, hier Gleich Guten Tag Guten Tag Einen schönen guten Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt Aber Christina ist amputiert Schlagloch erwischt Und ja, ich muss hier irgendwie ein bisschen gucken Jetzt fahren wir bestimmt wieder falsch, oder? Fahren wir wieder falsch? Oder machen wir das diesmal richtig? So, Fußgänger ist zwar grün für dich, aber kommt nie Was haben wir nun schon wieder? Radreif Ach so ein Quatsch Haben wir gar nicht Das gibt ja wieder Minuspunkte Oh Gott, oh Gott, oh Gott So Keiner möchte Keiner möchte Wollen wir vielleicht nochmal vorrangig Mal hier Nehmen wir den nochmal vorrangig Mal hier Kriegen wir ihn bestimmt gleich wieder angemotzt Hab ich ihm schon gezeigt Ist mir egal Wo hab ich denn Ah, da hat liegt Da hat liegt So, die Damen Ach so Ja, na klar Hier Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen Mal holen Sie ihn rum Kein Schwarzfahrer, kein Schwarzfahrer Kriege ich immer vom Lohn abgezogen Ja, kann ich nie berücksichtigen Ob die Fahrkarte schon 50 Mal gesehen wurde Oder nicht Das geht so nicht, du Oh, wir haben noch grüne Welle, du Wir haben noch grüne Welle, du Die Blinkbeine gerade ausfahren Mensch, das könnt ihr nur hauptisch dir nicht so hören So, was denn unglaublich ist das So, ich wieder einen Anpfiff kriege Schönen guten Tag Bitte alles einsteigen Der Bus wendet hier Oder so Ich kann das Wochenende kaum erwarten Aha Kommt wieder Winter der Leidenschaft Winter der Leidenschaft Fussgenau Kennen Siehst Kein Fußgänger in Sicht Das ist immer gut Oh Gott Ah, wieder Fuhrfurt beachten Ach nee Wieder keine Hauptstraße Du Haben wir uns wieder eine Strecke ausgesucht Der Held, oder? Der Held oben hier vorne einfach Wir gucken mal Danke Danke Fußgänger keiner Fußgänger keiner Da freuen wir uns So, warte mal Ich kann die Geschwindigkeitsvergrenzung Bumm Jetzt ist sie wieder drin Damit wir nicht ohne geblitzt werden Wenn wir in der Stadt sind Mit der Kreistaste kann man das machen Ich habe extra nochmal nachgeguckt Und mit der Kreistaste So, immer wieder Bordsteinrollern So Klingo korrekt eingesetzt Und Schlag noch so im Outrum herumgekommen Wie es aussieht So Perfektes Timing Ja, die Heldeposition ist heute ein bisschen schlecht Du Ein bisschen schlecht Haben wir nicht so richtig getroffen Eine Fahrkarte bitte So Eine Talkfucker Geht das jetzt wieder Senior Das hüpften wir gleich her Zwei Mal weiter Ach nee Auch noch So Bitte sehr Ich brauche eine Fahrkarte Auch für den Talk Student Da musst du wirklich ganz behutsam Muss man heute Ich weiß irgendwas Das ist Jetzt willst du auf Hier geht es 60 Wieder haben etwa Das ist ja nie zu fassen Danke Bitte sehr Kann ich bitte eine Fahrkarte haben Einzelfahrkarte Standort Rücken Bitte passend Bitte gern Bitte danke Bitte auf Wiedersehen Weiter geht die Fahrt Aha Arbeitergasse So Fußgänger Hab ich jetzt keinen gesehen Es sei denn Die generieren jetzt schnell wieder in So Sind wir auf der Hauptstraße Wir sind auf der Hauptstraße Bis es aussieht Und Rote Welle Haben wir auch Das ist jetzt das Kehgeschwindigkeitsbegrenzer Ich verstehe das Ding Verstehe ich nicht Jetzt kann ich wieder Über 50 fahren Das kapiert ja keiner Also ich nicht Oh Was machen die denn hier vorne Ah mit der Ampelraut du Hättestadt übersehen du Das hätten wir ja Glatt mit dem Bosse Ich will hier jemand mit Aussteigen will knapp niemand Wollen wir die Türen aufmachen Zum Rücken Wollen wir doch noch jemand mit Wenn wir aussteigen Nein Wollen sie noch mit Nein Dann nicht Naja Hätten wir können Durchfahren hier Aber ich weiß schon nicht Ob das hier auch geht Naja Bisschgründigkeitsbegrenzer Bisschgründigkeitsbegrenzer Aussteiggründigkeitsbegrenzer Bisschgründigkeitsbegrenzer Weil jetzt bleibt er bei 50 Also wenn es der Ausrufungsbumsding An ist und so Hier hat er wieder Bordstein berührt Wegen diesem Heini hier Bremsen 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 Bremse und Wenst du gute Haltepositionen Es liegt perfekt Das ist verdächtig, ganz verdächtig, sind erstmal alle prinzipiell verdächtig. Dann ist ja lustlos hier. Und du, wo kommst du hin? Ein Foto machen. Na klar, hier, bitte. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Ach, Simones. Wollen Sie die denn noch sitzen? Bis sie aussteigen, bis sie aussteigen. Kein Schmutzfahrer an Bord. Kein Schmutzfahrer an Bord. Wenn ich es ja gut so, wenn die Leute bezahlen, nicht? Wäre ja schlimm. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Sehr aufmerksam. Achso, war es ja eine Antel? Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Entschuldigung, wenn ich dir das Sorgen nenne. Wenn ich dir das Sorgen nenne. Grün. Wir haben Grün. Ohne Fußgänger. Das ist sehr gut. Das freut mich. Das freut einen immer. Wir können ein bisschen schneller fahren. Dann können wir jetzt auch wieder... Also irgendwie geht das wieder... Ja, immer durch das Loch. Irgendwie weiß ich mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer. Man funktioniert es mal nie. Hauptsache, wir haben Schlagloch wieder mitgenommen. Nicht? Oh, dort haben wir wieder unsere Collation, du. Collation, du. Wünsch, du. Mit einem schicken Bus, du. Er fährt. Wiedersehen. Je nachdem. Es fährt. Machen wir das so. Neutral. Es fährt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, möchte noch jemand zustellen. Oh ja, Fahrkarte, bitte sehr. Einzel. Standort. Zwei Stück. Bitte gern. Bitte gern. 60 Cent. 60 Geld. 0,6 Geld. Äh, äh. Talk. Talk. Standort. Eine, bitte gern. 3,80 Stück. Eine Fahrkarte, bitte. Oh, ja, Einzel. Standort. 7,80 Euro. Also. So, bitte gern. Stübert langsam viel Verkehr. Ja, muss man mal gucken. Er lässt uns reisen. Vielen Dank. Sehr nett. Sehr nett. Grüß dich. Grüß dich. Oh, hier wieder Schlagloch, du. Mensch, du. Sind wir wieder drum herumgegurkt, du. Mann, auf was man hier alles achten muss, du. Auf was man alles achten muss. So, oh, jetzt haben wir wieder einen Kreisel, du. Jetzt kommen wir wieder in den Kreisel. Das ist ja... Müssen wir gleich mal ein bisschen... Ein bisschen Blick zur Seite nehmen, du. Ein Blick zur Seite. Es scheint niemand zu kommen. Das sind jetzt schon wieder... Schon wieder Geldstoffe? Für was ist das? Hä? Wo ist das gemacht? Da sind wir wieder irgendwo angepumst. Das ist ja typisch. Da ist schon wieder was. Keine Strafe kassiert, das gibt es ja gar nicht, du. Oh, oh, wieder Stau. Wieder Stau, du. Wir kommen in die Stadt. Und es wird Stau bremsen. Mal hupen, mal mal hupen, du. Mensch, der Verkehr heute, du, der Verkehr. Der Vorplan, der Vorplan. Und es kriegt vorwärts. Das ist nett. Oder? Hält er nochmal? Ne, sehr nett, sehr nett. Vielen Dank, dass ihr die... Ach, in der Stadt ist es dann wieder... Achso. Und die Landstraße geht es automatisch heraus. Und jetzt bleibt es wieder in der Stadt. Oh, es tut leid zwei mal, es tut. Was machen die alle auf einer Linie? Befährt ja noch die andere Linie nochmal jemand hier? Das muss ja nicht so passen ist das. Die sehen uns schon alle auf einer Linie von hier. Da kann man ja nichts verdienen. Aber ja dann... So, möchte noch jemand? Tschüss und tschüss. Und tschüss. Ich brauche mehrere Verpacken. Mehrere Vorgarten, das ist recht. Wochengarten. Wochen. Standort. Zwei Stück. Hier, Geld zurück. Das merke ich, wie sie gesehen haben. See? Ja, stimmt. Hier machen wir nochmal Vorgang und alle. Erwischen wir hier nochmal jemanden. Huhr. Hier sind neue Gäste eingestiegen. Ja. Da hab ich ihnen schon gezeigt. Wo hab ich denn... Hier ist die Fahrtkarte. Hier ist ein Fahrtkarte. Auf einen Blick. Klar. Klar. Da. Hier, bitte. Was mit dem? Hey, den da hinten will ich stehen. Den krieg ich nicht. Ja, du... Na, sag mal. Jetzt. Ich hab ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Kein Schwarzhörer, du. Kein Schwarzhörer. Verdächtig. Sind bestimmt schon alle wieder ausgestiegen. Nicht immer. Das ist ganz verdächtig. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Na, so wirst du. Mensch, jetzt hat sie es wieder verraten. Die letzte Folge hab ich schon Donnerlornin gesehen. Du. Wieder gespoilert, du. Man fasst es nicht. Winter der Leidenschaft. Wieder gespoilert, du. Ist nicht zu fassen, du. Eine Ruhe in dem Bus mal. Seht, er schwatzt. Ich hab gestern Shampoo gekauft. Ah ja. Aha. Mal wieder Haare waschen, das ist ja... Schönen guten Tag. Auf Wiedersehen. Jetzt wird der Bus aber leer, du. Ein Fahrgast hat Bus vergessen. Ich sitze zurück. Ich weiß gar nicht, wo was vergessen wurde. Wo, wo? Ach, jetzt komm ich nicht raus. Ne, ja. Haben wir vergessen. So. Haben wir vergessen. So, eine Wochenende. Senior. Eine Fahrkarte, bitte. Woche. Dann dort. Eine. Freigeld zurück. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzel. Senior. Eine. So, bitte sehr, bitte gern. Hab ich vergessen mitzunehmen, du. Das ist jetzt so schnell, bin ich an der Uni. Ja, das ist wichtig. Dann bist du ein bisschen Ausstieg gefunden, hab du vom Fahrer her. Da. Gibt's bestimmt Minuspunkt, ja. Oder ich muss es dann... Du hast den Fahrgast verloren, der jetzt auch den Bus vergessen hat. Ja, nur, so schnell kann ich da auch nicht. Ich denke, Vorschein, ich weiß doch da auch nicht, was ich machen soll. Naja, was muss ich. Ich dachte, die landen an dem Pfundbüro oder so. Wenigstens, wie sich's gehört. Ich denke, ich weiß nicht, ob sowas war schon vorgehalten wird. Heimer möchte. Jetzt wollen wir noch einen Fußgänger mitnehmen, sie kurz vorm Ende, das wäre natürlich der Krölln in der Abschluss. So, vielen Dank, dass Sie mit der Firma Blöde wieder gefahren sind. Nur zu Blöde, dass ich den Gast nicht, den Schnee kann ich ja gar nicht hier handieren, wenn ich hier herange. Jemand hinterließ Müll. Hier, guck mal, bis ich der Fahrraddürr komme, ist der Gast eh weg. Ja, muss man hier rennen können. Wo ist Müll? Seh gehen. Hier, Müll. Ich habe den Müll aufgesammelt und ich denke, der Gast hat was vergessen. Ich denke, das müsste ich dann wenigstens abgeben hier. Das ist ja auch doof, den Gast hinterher rennen, das ist ja, naja. Na gut, doof. So. Ort beenden. Na ja, meine Lieben, haben wir mal wieder, du, rumgefahren, sind wir mal wieder. Oh Gott, Schlagloch zu schnell überfahren. Oh Gott, oh Gott. Kollision, du, Kollision. Wieder abzüge. Aber ein neuer Bus, du. Ein neuer Bus, Gegenstände freigeschaltet. Level up, du. Ein neuer Mercedes-Benz. Das ist nicht da, okay, du. Mensch. So, okay. Wir haben Plus von 5000, du. Das ist immerhin, immerhin. Immerhin. Aber wir haben das immer noch nie. Bitte warten, wir warten. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht, nicht? Ich freue mich wie immer über nette, konstruktive Kommentare. Däumchen nach oben. Einer oder anderen Abonnenten. Ja, und wer da wissen wollt, was die unsere nächsten Aufgaben sind, was wir machen müssen, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch wie immer für's Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Und tschüss, euer Heinz.